Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin. Mein Gast heute ist Bernhard Roos von der SPD. Schönen guten Tag. Hallo Herr von Rossegg, Servus. Herr Roos, Sie sind Passauer mit Leib und Seele durch und durch in Passau geboren, also mittlerweile in Passau geboren und auch dort geblieben. Mittlerweile in Passau geboren, hört sich gut an. Liegt daran, dass der Ortsteil Hacklberg früher eine eigenständige Kommune war und mit der Gebietsreform 1972 wurden wir dann eingemeindet. Genau, dort leben Sie jetzt mit Ihrer Frau und vier Kindern und einem Enkelkind bereits. Ja, Kind ist immer so eine Sache. Unsere Kinder sind zwischen 31 und 19. Die Jüngste geht jetzt nach Heidelberg und die Älteste wohnt in der Nähe von Dachau in Erdweg und hat eben uns dieses wunderschöne Enkelkind geschenkt. 1985 haben Sie Ihr zweites juristische Staatsexamen absolviert, sind danach auch zu Verdi und zur IG Metall gegangen und auch in die Partei eingetreten. All dies in einem Schwung, ja. Sie sind auch Vorstandsmitglied der Bayern-SPD gewesen 2007 bis 2009 und seit 2008 sind Sie Abgeordneter hier im Bayerischen Landtag. Ja, und das freut mich auch sehr. Das füllt mich aus und die Kombination aus parlamentarischer Arbeit und Gewerkschaftsarbeit ist mir quasi auf den Leib geschneidert und das ist dann ja auch das Motiv, warum man sehr, sehr viel arbeiten kann, weil es Synergieeffekte gibt und weil man es ja mit vollem Herzblut tut und da geht dann manches leichter von der Hand. Sie sind ja Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie. Also ein riesengroßer Themenblock. Kommen wir doch gleich zum ersten Thema, nämlich der Maut, dieser stark diskutiert. Alexander Dobrindt hält daran fest, Horst Seehofer hält daran fest und jüngst auch Angela Merkel. Ja, hält daran fest, also ich glaube dieses Wort, dieser Satz gilt nur sehr eingeschränkt. Wenn man die politische Landschaft betrachtet, dann ist es ein CSU-Thema. Die PKW-Maut, und zwar explizit besonders für Ausländer, hat die CSU Weiland vor einem Jahr im Landtagswahlkampf eingebracht und hat es dann auch mit Macht in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Und ja gut, da steht es drin. Aber die Prämissen, wie das dann gebaut werden soll, dass es zum einen europarechtskonform ist, dass es keine zusätzlichen Belastungen für bundesdeutsche Autofahrer gibt und dass dann auch ein achtbares Finanzvolumen für die Infrastruktur rauskommt. Das ist quasi die Quadratur des Kreises. Und das wird weder Herr Dobrindt schaffen, noch der Seehofer im Alleingang. Und die Kanzlerin vermeidet halt ein Machtwort, wie sie es so oft tut. Aber ich denke, das wird so nicht kommen, wie es derzeit auf dem Tisch liegt. Aber wenn man mal zurückdenkt, in den vergangenen Tagen haben schon Experten bestätigt, dass diese Mautpläne eigentlich EU-rechtskonform wären. Wie sehen Sie das als Volljurist? Da habe ich meine Zweifel, weil die Belastung der Ausländer, je nachdem welchen Zugang sie haben zu welchen Technologien. Sprich, ob sie eine Vignette an der Tankstelle kaufen oder ob sie über online, was dann die Möglichkeit geben würde, wenn man ein sparsames Auto hat, weniger zu zahlen. Das halte ich also jetzt nicht für mit dem EU-Rechtsrahmen konform. Das ist meine Meinung und die wird von vielen Fachleuten gestützt. Aber es kommt, denke ich, gar nicht so sehr darauf an, ob es europarechtskonform ist, sondern was wir brauchen, sind zusätzliche Mittel für unsere Straßen. Ob das jetzt meine heimische A3 ist oder ob es viele andere Straßenbauprojekte sind. Wir brauchen, das hat die Bodewick-Kommission ergeben und das ist Konsens zwischen allen Verkehrsministern der Länder, auch Innenminister Herrmann in Bayern und dem Bundesverkehrsminister Dobrindt, etwa 7,2 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Und die PKW-Maut günstigstenfalls, also laut Haus Dobrindt, bringt 600 Millionen Euro. Was ich bezweifle, ich denke, mit all den Kollateralschäden, die die verursacht, werden das maximal 200 Millionen Euro sein, die dann auch noch geteilt werden müssten zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Weil das steht nämlich nicht im Koalitionsvertrag, da steht nur drin auf Autobahnen, maximal Bundesstraßen, aber nicht auf Staatsstraßen wie hier in Bayern oder gar Kommunalstraßen. Kommen wir doch mal zu diesen Kommunalstraßen. Welche Probleme haben Sie denn momentan in Ihrem Wahlkreis? Ja, das ist eine große Allianz zwischen Bürgermeistern, zwischen IHK, zwischen dem Handel vor Ort, zwischen dem Tourismus. Alle haben also wirklich große Sorge, dass der kleine Grenzverkehr massiv gestört wird. Passau liegt direkt an der Grenze zu Österreich. Der Bayerische Wall liegt direkt an der Grenze zu Tschechien. Und da gibt es natürlich den kleinen Grenzverkehr. Und wenn ich mir eine Vignette kaufen muss, nur weil ich von einer Kommunalstraße in Tschechien rüber wechsle auf eine Kommunalstraße in Niederbayern, das ist sowas von bescheuert, muss ich wirklich sagen, das torpediert alles. Und die Schäden, die wirtschaftlichen Gesamtschäden, ist ja nicht nur bei uns in der Region, sondern rund um Deutschland gibt es Randregionen. Und darum ist selbstverständlich, dass die NRW-Parlamentarier der CDU sich unisono gegen die PKW-Maut a la Dobrindt gewandt haben. Und das ist überall zu besichtigen. Also die Kammerorganisationen, Handwerkskammern, IHK, die Gewerkschaften rundum sagen sie, das ist schädlich für unsere Heimat. Sie sind ja auch Mitglied des Bayerischen Flüchtlingsrats. Die Asylproblematik ist ja momentan stark gegeben. Dramatisch, ja. Dramatisch. Ein Aufnahmestopp im Aufnahmelager Bayernkaserne in München. Da gab es auch einen Masernausbruch. Und Zierndorf ist ebenfalls völlig überfüllt. Wie möchte denn da Bayern reagieren? Ja, wir haben in einer Fülle von Anträgen x-mal schon unsere großen Bedenken, was die bayerische Flüchtlingspolitik angeht, geäußert. Das füllt Schränke regelrecht. Es gab in der Flüchtlingspolitik mit der Ressortübernahme durch Emilia Müller einen durchausen Fortschritt. Zumindest verbal. Aber was passiert, ist eben viel zu wenig. Die beiden Erstaufnahmelager, von denen Sie sprachen, München und Zierndorf, sind schon länger überfüllt. Das ist jetzt nicht eine Akutsituation, sondern diese Überfüllung besteht schon sehr lange und wird immer gravierender. Ich werfe jetzt nicht der Staatsregierung den Masernausbruch vor. Damit kann man nicht rechnen. Und es war auch notwendig, dass das dann teilweise geschlossen wird. Aber es hätten schon länger in anderen Regierungsbezirken, Deckendorf ist ja als allererstes genannt worden bei uns in Niederbayern und in allen anderen Regierungsbezirken sollen ja auch Erstaufnahmelager entstehen, um die großen Zentren um Zierndorf und München zu entlasten. Das kommt viel zu spät, viel zu zögerlich, ist nicht mit Haushaltsmitteln hinterlegt. Und da hat sich die Staatsregierung wirklich großer Versäumnisse schuldig gemacht, weil es war ja absehbar. Rund um Prenz, ob das jetzt Syrien ist, ob das Nordafrika ist, ob das jetzt, was am nächsten bei uns an der Haustür ist, Ukraine- und Russland-Konflikt. Und dass die Menschen aus diesen Spannungsgebieten flüchten wollen und zu uns als ihre Zuflucht suchen, ist ganz klar. Würde ich genauso machen. Darauf müssen wir vorbereitet sein und wir sind ein reiches Land. Das gilt für Deutschland, gilt für Bayern ganz besonders und da müssen wir beweglicher sein. Beweglicher in Passau werden ja bereits alte Gasthöfe umfunktioniert, um dort Platz zu schaffen. Wie kommt es bei der Bevölkerung an? Ich muss erst den Satz vorausschicken, dass die Stadt Passau und auch der Landkreis Passau schon lange traditionell Asylbewerber aufnehmen. Deutlich höhere Quoten hatten als andere Landkreise quer durch Bayern, die sich da vornehm zurückgehalten hatten. Und zusätzlich gab es dann eben die Suche, die dringende Erfordernis seitens der Regierung von Niederbayern, mehr Asylbewerberheime auszuweisen und dann auch in kommunale Verantwortung zu übernehmen. Zweiter Punkt, es ist keine kommunale Aufgabe, das ist meine Meinung, sondern das ist eine staatliche Aufgabe vor allem des Bundes, auch des Landes. Und die Mittel, die jetzt von der Bundesregierung beschlossen wurden, ich denke es waren 70 Millionen zusätzlich für die Kommunen, das reicht bei weitem nicht aus. Also die kommunalen Haushalte müssen da entlastet werden. Abgesehen von der Geldfrage ist es die menschliche, die humane Komponente, die zum Tragen kommt. Und das Beispiel, das Sie vorher genannt haben, das war wohl Salzweg bei Passau, wo ein Gasthof verkauft wurde, der mitten im Ort liegt und der so für 80 bis 100 Asylbewerber geöffnet werden sollte. Und da gab es Protest in der Bevölkerung. Der hat sich aber mittlerweile wieder verflüchtigt und es gibt ein gutes Miteinander. Es gibt eine kleine Bürgerinitiative, die Sprachunterricht anbietet, die die Kinder versorgt. Und was mir sehr wichtig und zentral zu betonen ist, die Schule lebt auch von Asylbewerbern, auch die Berufsschulen. Wir haben durchaus Bevölkerungsentwicklungsprobleme, Demografie, wie man immer so schön zeichnet. Und manch Standort lebt jetzt primär oder zumindest ergänzend von den Asylbewerbern. Also auch diesen Aspekt muss man sehen. Und mit Bildung sind die besten Integrationswege vorgezeichnet. Nächste Woche geht es ja wieder richtig los, aber dann mit einer Sondersitzung erst einmal. Wir haben die Sondersitzung nach dem Rückritt von Frau Hadertauer, wo Marcel Huber diese Position jetzt neu, ich will sagen zugeschanzt bekommen hat. Er hat ja Erfahrung, war, denke ich mal, acht oder neun Monate. Er war schon mal in diesem Amt, ja. Staatskanzlei-Chef hat das gut gemacht. Mir wäre es deutlich lieber gewesen, er wäre Umweltminister geblieben. Ich habe bis auf kleine Meinungsverschiedenheiten ein sehr gutes Miteinander, in denen für uns in unserem Raum zentralen Fragen, ob das jetzt die Entwicklung des Nationalparks Bayerischer Wald ist, ob es die Hochwasserfrage ist, oder auch der Schutz von Flora und Fauna, Habitatregeln und und und. Also ich habe mit ihm einen guten Umgang und das tut mir leid. Andererseits, die Kollegin Ulrike Schaaf kenne ich aus dem Wirtschaftsausschuss und die ist a kompetent, b sympathisch, was nicht für jede CSU-Kollegin gilt. Und sie ist auch in der Lage, unterschiedliche Standpunkte aufzunehmen und zueinander zu führen. Also zumindest von der Papierform her, denke ich, kann sie das Ressort auch ausfüllen. Also doch lobende Worte Ihrerseits. Ein kleiner Vorschusslorbeer, aber der muss wie immer ja verdient werden. Ich hätte noch eine Bitte. Mir geht es als Wirtschaftspolitiker. Ich bin zum einen industriepolitischer Sprecher meiner Fraktion und zum zweiten verkehrspolitischer Sprecher meiner Fraktion. Für beides braucht man Geld. Und Bayern ist seit Montgelat ein sehr zentralistisch organisierter Staat. Und da hat sich die CSU diesen Schuh ja unverwundbar quasi angezogen. Alles wird zentral von München aus geregelt und manches dann delegiert in die Bezirkshauptstädte von uns eben Landshut. Wir stellen uns das so vor, dass man den Landkreisen, den Gebietskörperschaften eigene Wirtschaftsförderbudgets gibt. Sprich, der Freistaat zahlt das und nach gewissen Kriterien wird das vor Ort entschieden. In einem demokratisch legitimierten Gremium, wo wiederum die Gewerkschaften mit drin sitzen, wo die Kammern mit drin sitzen, wo natürlich die Kommunen und ihre Repräsentanten Einfluss ausüben können, um Wirtschaftsunternehmen vor Ort mit kleinen Summen zu fördern. Das gilt für die Industrie. Der Industriebesatz im Bayerischen Wald ist viel zu niedrig. Zu viele Menschen müssen auspendeln. Wir haben zwar niedrige Arbeitslosenquoten, aber nur deswegen, weil so viele nach München, nach Nürnberg, nach Regensburg auspendeln. Und wenn mehr zu Hause wäre, dann könnten auch viele qualifizierte Fachkräfte, die jetzt anderswo arbeiten, wieder zurück in ihre eigene Heimat. Was Ihr Wunsch ist. Herr Russ, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Und das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.